Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt von Let's Play Force, denn wir zocken Battlefield 3, das Coop, oder wie manche jetzt sagen würden, äh, Co-Oop. Meinen großen Unterschied ist es zwar nicht, und wir machen es mit den Neonatoren, denn es geht anscheinend. Anscheinend geht es doch. Und deswegen nutzen wir die Chance auch direkt und machen Operation Exodus. Also, natürlich auf schwierig, würde ich sagen, oder? Alter, schwierig, dann gehen wir die ganze Zeit drauf, und wir machen normal. Oh Mann, ey, Spaßverderber, du. Schwierig können wir mit dem Heli machen. Okay, ja. Alter, hier kurft gleich ein BMP rum. Ja, das weiß ich doch eh. Räume ich schon auf den Panzer, weil der wird nicht mal hier ankommen, wird er schon in die Luft gejagt sein, ja? Du machst die, du machst die Minen, äh, ich mach die Minenaktion, ja, ich mach die Minenaktion, und du kümmerst dich um den Rest. Nee, ich, ja, Gott sei Dank, ich hab den M320, yeah. Übertragung oberster Priorität, wir evakuieren diese Vase. So, holen wir uns gleich mal hier nach vorne, ne? Ja, wir müssen da ganz hinten auf die Brücke. Ja, genau. Hier haben wir die Munitionskiste. Ah, Javelin, komm ich. So, die sind mal ganz wichtig, die Minen sind natürlich scheiße wichtig hier. Kontakt im Norden. Mach du mal den Kontakt hier, ja, und ich lege mal hier unauffällig mal den Minen, werden wir dann später dann an den Minenaktion sehen. Nummer 1. Ja, heute bin ich anscheinend für die Action-Zündung, denn dich der Delta kann wohl nicht so. Alter, du wirst noch merken hier, wie die Punktzahl aussieht gleich. Ja, ja, ne, schon klar, aber... 2. Was Sprechen betrifft, ist das wohl heute mein Job, ne? Ja, das wohl so eher, ja. Ja, wenn die Feuererlaubnis ist, also mach die Platte. Alter, ist die leer. Nein, scheiße. Du musst dich helfen, du musst mich retten. Alter, komm hoch. Bewegt deinen Arsch. Oho. Das brauche ich mal ein Gewehr, Junge, Alter. Alter, bist du jetzt schon tot hier? Nein, noch nicht tot, aber so, du musst mich ja verbinden. Mach schneller. Ja, ja, bin schon unterwegs, mein Freund, keine Sorge. Ich gucke hier kein Gehtaus. Nicht sehr schön. Alter, die gehen mir so auf den Fiss. Ah, wie können wir es halt um hier? Noch einen in 23 hab ich. Oh! Eben hier oben, wie kann ich hier, oder? Aua. Aua. Also ich versteck mich jetzt nur noch. Und mach die so aus der Ferne kaputt. Wehm ist das hier immer näher kommen, ja? Das darfst du ja nicht unterschätzen. Wenn die wirklich mal nahe ist, die treffen auch, ja? Ja, dat macht nix. Alter, es macht nix. Und ich schuld mir M320 Munition. Okay. Hast du schon überall hier Minen gelegt? Ja, ja. Bin ja fleißig gewesen. Wow, da kommt was. Ah, mit Chavelin. Chavelin, wir brauchen Chavelin. Fahrzeug zerstört! Ja, wie ihr gesehen habt, schieße ich nicht direkt darauf zu, sondern hebt die Chavelin nochmal hoch. Das ist, äh, besser, damit, egal was da vorne liegt, er, ja, er knallt nicht gegen hier so ein Pfeil oder so. Er trifft sie dann. Alter, habt ihr wohl so gedacht, oder was? Ah. Kommen sie. Alter, wie die spüren hier, ne? Ja. Kontakt Westseite? Von wo? Hier hinten, hier hinten, wo die Minen jetzt liegen. Guck einfach mal hin. Alter, nicht nur von da. Wo kam das Teil her? Nach oben. Alter Vater. Nein, nein, nein. Gut, zum Teufel ist der? Ja, der ist weg. Krabbel. Ah, da oben. Ah, da oben. Nee. Alter Vater, die sind schon hinter mir. Oh, sie kommt, sie kommt. Au, au, au. Alter, schon wieder. Beweg mal deinen Arsch herunter. Ja, bist du in Sicherheit? Ja. Bleib das, bleib liegen. Okay, einfach abend. Ich kümmere mich vor. Alter Vater, du. Alles wieder okay, dann mal weiter. Dann boobst du halt nur hier rum. Ja, ich bin ja noch krank, Alter. Okay, der scheint lieber zu sein. Da ist auf jeden Fall noch einer. Gut, doch ganz nah ist er. Alter. Wow. Ich höre ein Fahrzeug. Und das gefällt mir gar nicht. Dafür habe ich die Wien gelegt. Boom, weg ist er. Perfekt. Also, so soll das ja auch laufen, Leute. Ja, so soll das laufen. Nicht so, wie wir jetzt herumgenoopt haben, ne. Alter, wir haben nicht herumgenoopt. Und wir müssen auch schon nirgendwo anders hin. Boom, das Erdbeben hier. Komm gleich mal hier hoch, würde ich sagen. Warte, wo bist du schon? Ja, ja, vorne. Ich weiß ja schon, wo es lang geht. Ja, ich auch, aber. Kannst ja auch nicht warten und so, ne. Ne. Ich nehme hier meine Lieblingswaffe. Was ist das? Die G18 Schallgedämpfte. Ne. Einfach gucken. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich hinstellen soll. Ja, deswegen stehe ich hier. Hier haben wir einen richtig netten Dickwinkel. Kommen ja gleich hier auf den Panzer, oder? Ja, geh besser weg hier, ja. Kommen nach hinten. Verledigen wir das lieber von hinten, auf die sichere Art und Weise. Ne, 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 ne. Doch. Oh, der wird auch. Wo sind die schon wieder? Ne. Kommen nach hinten. Okay, ich weiß schon, wo sie kommen. Äh, ich muss dann extra noch zu dir laufen, ja? Was ist das für ein Karsch, ne? Ich glaube, es hackt wirklich hier. Wirklich? Ja. Wo sind denn die Munitionkister hier schon wieder? Bei mir hier oben. Ah, da muss ich ganz oben jetzt für die Munitionkister... Ne, ich glocke unten jetzt mal rein. Ja. Das ist ein Herzbeben hier. Wow. Wow, 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 wow. Äh, ich werde hier flankieren müssen, ja? Ich bin gleich rot hier, ey. Was steht da hier vorne? Was ist das? Das ist ein MG? Wo? Sag mir, wo, ich hol's mir. Ah, da ist keiner jetzt tot. Alter, die machen hier mit Granaten und so. Boom, der Wagen springt in die Luft und alle beide Soldaten sind tot. Geile Sache, ey. So, jetzt sollte bald ein Tank kommen. Komm lieber zurück hier, ey. Wenn ich jetzt vorlaufen muss, ich wäre hier... Aua. Ist voll für den Arsch. Ich hab keine Munition mehr. Bist du an snipen, oder? Ja. Alter, du und dein Sniper dauernd. Ja, wenn man's kann, muss man's machen. Ich kreff sogar ein Meer. A-Chart. Oh, ich liebe diese Autos. Oh, ja. Ach, du scheiße, ein Fahrzeug. Ja, komm zurück. Aua. Ach, du scheiße. Komm, schritt zurück hier. Ach, 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 ach. A-Chart. Ich kriege nicht оemen. Ach, ach... The-Chart. Oh, ich-chart. stuck hier. He мнige mit mir compris do cube. Ach, 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 ach... Alter Vater, der schießt mit RPGs auf mich. Jo, warte, ich warte gerade hin. Oder ist er tot? Jetzt ist er tot, auf jeden Fall. Gerne Scheiße, was du da machst. Und ich hab ihn gemessert. Lass dich nicht messern, Alter. Ich hab ihn gemessert. Komm mir ganz nah. Ja, ich würde sagen, und beweg deinen Arsch runter. Nee. Dann kommen wir an ein paar Dosen, die weiter hinten sind, die snipern uns weg oder so, ja? Wenn du dich hier um den Scheiß, der hier nahe ist, ich mach hier den Reiß, Alter, woher? Okay, unser Melee ist angekommen. Lass mich da abhauen hier. Lass abhauen hier, ja. Und der Neo kommt wieder angeflogen, hier von oben. Sniper halt, ne? Oh, hier landet er. Ja. Paulus tue hier nichts vom Merser gestürzt. Komm rein, Neo. Ja, keine Scheiße hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das so leicht schaffen, ohne uns zu sterben zu können. Ja, du bist ja eigentlich, denn denen sind ja schon gestorben gewesen. Halt die Schnauze, ja? Das muss nicht jeder wissen. Aber wir haben gesehen, das Dream Team funktioniert immer noch. Und damit würde ich auch sagen, wir beenden die Aufnahme bis zum nächsten Mal, beziehungsweise in etwa 10 Minuten, denn dann werden wir die nächste Mission schon anfangen. Jawohl! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Untertitelung des ZDF, 2020